Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Ankündigung von mir und zwar zu Far Cry Primal. Ich habe angefangen auf dem Let's Play Kanal, das schöne Spiel zu Let's Playen. Ich muss sagen, es gefällt mir bis jetzt extrem gut und wie ich es ja jedes Mal mache, wenn ich mit einem neuen Let's Play anfange. Ich komme hier auf den Hauptkanal, sage allen Leuten Bescheid in einem kurzen knappen Video, das ich angefangen habe mit dem Let's Play. Denn so störe ich nicht gross meinen Destiny Kanal, aber informiere alle Leute, dass ich auch noch einen Let's Play Kanal habe und was ich gerade am Let's Playen bin. Nun also relativ simpel. Es geht bei Far Cry Primal darum, das ist ein Far Cry vor zehntausenden von Jahren, wo wir da als Höhlenmensch, beziehungsweise einfach als Mensch, rumirren und die Tiere da jagen, sammeln, Waffen bauen, also bohren oder eine Axt, wie man es jetzt gerade hier im Hintergrund sieht, um uns zu wehren gegen all die bösen Kreaturen, die in diesem Land leben. Und wir, ja, man sieht's, die bösen Kreaturen treffen da immer wieder mal auf ziemlich bösartige, feindliche Kreaturen, aber auch auf Verbündete. Und mich würde es riesig freuen, wenn einige von euch mich begleiten würden in das Land von Uros, Far Cry, Primal, die Let's Plays schauen. Nun, wenn es euch interessiert, schaut doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal.